Wink & Sogerini ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler und späterer Trainer. Als Spieler beim AC Brescia und beim AC Florenz aktiv sowie einfacher italienischer Nationalspieler, führte er als Trainer den AC Ancona zum Aufstieg in die Serie A und ins italienische Pokalfinale. Außerdem koachte er unter anderem den FC Empoli, Spalfaara sowie Ternanac Calzico. Spielerkarriere Wink & Sogerini wurde am 30. Oktober 1953 im norditalienischen Sarezzo geboren und begann seine Spielerkarriere zunächst beim Amateurclub Kofia Würle, wo er allerdings ausschließlich die Jugendabteilung besuchte. Von dort aus verpflichtete ihn der AC Brescia 1970 ebenfalls noch für die eigene Jugend. In Brescia spielte Gerini noch ein Jahr im Jugendbereich. Ehe er unter Trainer Andrea Bassi erste Einsätze im Profibereich im Rahmen der Serie B 1971, 72. sammelte, der AC Brescia belegte in jener Saison am Ende mit Rang 12 einen Mittelfeldplatz. Im Folgejahr war Wink & Sogerini mehr als Stammspieler für den AC Brescia aktiv. Diesmal verhinderte die Mannschaft den Abstieg in die Drittklassigkeit nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem AC Mantova und dem AC Monscha. Im Sommer 1973 wurde Wink & Sogerini zum AC Florenz transferiert. Mit der Fiorentina belegte er in seiner ersten Spielzeit den sechsten Platz in der Serie A. Im Spieljahr darauf wurde man Achter. In der Coppa Italia 1974, 75. erreichte das Team von Trainer Nereo Rocco das Endspiel, nachdem man in der zweiten Gruppenphase den AC Turin, den Ass Rom sowie den SSC Neapel hinter sich gelassen hatte. Im Endspiel wartete der AC Mailand. Mit 3 zu 2 konnte sich der AC Florenz in diesem Finale durchsetzen und zum vierten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Coppa Italia gewinnen. Wink & Sogerini trug dabei mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2 zu 1 in der 54. Spielminute durchaus entscheidend zum Pokalerfolg der Toskana teil. Im gleichen Jahr kam Gerini auch zu seinem ersten und einzigen Einsatz in der italienischen Fußballnationalmannschaft. Am 29. Dezember 1974 war er Teil der Squadra Asura, die in Genua gegen Bulgarien Toulos Römi spielte. Noch 1975 endete die fußballerische Laufbahn von Wink & Sogerini abrupt im Alter von nur 22 Jahren. Nach einer Partie der italienischen U23-Nationalmannschaft hatte er zusammen mit seinem Florenzer-Teamkollegen Dominico Caso einen Autounfall auf der Rückfahrt von Ascoli Piceno nach Florenz. Während Caso seine Karriere fortsetzen konnte, musste Wink & Sogerini eben diese nach dem Verkehrsunfall beenden. Insgesamt machte er für den AC Florenz 53 Ligaspiele im Rahmen der Serie A, in denen ihm ein Torerfolg gelang. Zuvor war er für den AC Brescia in 34 Ligaspielen aufgelaufen und hatte sechs Treffer erzielt. Trainerkarriere Ab 1979 war Wink & Sogerini Trainer im Jugendbereich seines alten Vereins AC Florenz. Dieses Amt bekleidete er bis 1983, ehe er den damaligen Zweitligisten FC Empoli als Cheftrainer übernahm. Empoli war im Jahr zuvor aus der Serie C1 aufgestiegen und schaffte unter Gereni in der Serie B 1983 84. als 16. knapp den Klassenerhalt. Ein Punkt trennte die Mannschaft vom ersten Absteiger US Palermo. Im Jahr darauf landete Gereni mit dem FC Empoli auf dem achten Rang der Serie B. Im Sommer 1985 trennten sich die Wege von Empoli und Trainer Wink & Sogerini wieder. Sein Nachfolger wurde Getano Salvenmini, der den Verein schließlich 1986 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Serie A führte. Gereni übernahm zur Saison 1985 86. beim Erstliga-Aufsteiger SC Pisa, mit dem er allerdings nach Ende der Saison den Gang zurück in die Zweitklassigkeit antreten musste. Zwei Zähler fehlten Pisa dabei zum rettenden Ufer. Danach endete Gerenis Engagement in Pisa wieder und er wurde zur folgenden Saison neuer Coach des FC Bologna. Bei dem in der Serie B verschwundenen Traditionsverein hatte Gereni auch wenig Erfolg und wurde gegen Saisonende durch Jovan Batista Fabri abgelöst. In der Folgesaison trainierte Wink & Sogerini mit der US-Katan Zaro einen weiteren Zweitligisten und verpasste den Aufstieg in die Serie A nur um. Einen Platz und einen Punkt gegenüber Atalanta Bergamo. Von 1988 bis 1989 war er danach Coach seines alten Klubs Brescia Calzico, mit dem er allerdings nur knapp den Abstieg in die dritte Liga vereitelte. Im Sommer 1989 wurde Wink & Sogerini neuer Verantwortlicher an der Seitenlinie des Serie B-Vereins AC Ancona. In Ancona arbeitete Gereni in der Folge fünf Jahre lang bis 1994 und schaffte mit dem Verein erstmals überhaupt in der Vereinsgeschichte den Sprung. In die Erstklassigkeit. Man beendete die Serie B 1991-92 auf dem dritten Platz hinter Brescia Calzico und Pescara Calzico und stieg damit in die Serie A auf. Dort ereilte die Mannschaft um Spieler wie Massimo Garda, Lachos de Tari oder Milos Glonick allerdings als Vorletzter der Tabelle der direkte Wiederabstieg. Wink & Sogerini blieb dennoch Trainer des AC Ancona und sorgte mit dem Verein im Jahr darauf für eine weitere Überraschung. Nach Erfolgen über die USA Villino, den AC Venedig sowie Torino Calzico zog Gereni mit dem AC Ancona ins Endspiel um die Coppa Italia 1994-94 ein, wo man auf Sampdoria Genua traf. Nachdem das Hinspiel im heimischen Stadio del Connero torlos Römi endete, hielt Ancona auch im Rückspiel bis zur Pause das 0 zu 0. Musste sich am Ende aber noch deutlich mit 1 zu 6 geschlagen geben und verpasste den ganz großen Wurf. Wenig später trat Wink & Sogerini nach fünf Jahren als Trainer des AC Ancona zurück. Zur Serie A 1994-95 übernahm Gereni den kränkelnden SSC Neapel, wurde aber schon nach sechs Spieltagen entlassen. Nur kurze Zeit später verpflichtete ihn der Drittligist Spalfaara, wo er in der Folge bis Anfang 1996 beschäftigt war. Ab dem 10. Spieltag der Zweitligaspielzeit 1996-97 betreute Gereni Regina Calzico und führte das Team am Ende auf den 10. Tabellenplatz. Von 1997 bis 1998 folgte ein einjähriges Engagement in der Serie A bei Pia Inza Calzico, das er als 13. zum Klassenerhalt führte. Zwischen 1998 und 2000 zeichnete sich Gereni für die sportlichen Geschicke bei Ternana Calzico verantwortlich und schaffte mit dem Klub zweimal den Klassenverbleib in der Serie B. Im gleichen Jahr war er für kurze Zeit Coach von Catania Calzico. Nach einer halbjährigen Tätigkeit beim AC Siena von 2001 bis 2002 ging Wink & Sogerini 2002 erstmals ins Ausland, um dort einen Verein zu trainieren. Seine Tätigkeit in Griechenland bei Panacheiki Patras war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. 2003 folgte erneut kurz eine Arbeit in Catania. Auch sein Engagement beim US Catanzaro von 2005 bis 2006 war nicht weiter von Erfolg gekrönt. Zum bis heute letzten Mal auf der Trainerbank saß Wink & Sogerini zum Ende der Serie A 2011 zwölftel beim AC Florenz. Zuvor war Fiorentiner Coach Delio Rossi entlassen worden, nachdem er gegenüber dem Spieler Adem Liacic handgreiflich geworden war. Als Interimslösung übernahm Gereni das Traineramt in Florenz und bekleidete dieses über die letzten beiden Spieltage hinweg. Zur neuen Saison wurde Wink & So Montella neuer Trainer des AC Florenz. Zuvor war Gereni seit 2011 als Manager beim AC Florenz tätig. Dieses Amt bekleidet er bis heute. Erfolge Als Spieler italienischer Pokalsieg. 1-6-1974-75 still mit dem AC Florenz englisch-italienischer Liga-Pokal. 1-6-1975 mit dem AC Florenz als Trainer Metropa-Pokal. 1-6-1985-86 still mit dem SC Pisa Campionato Primavera. 1-6-1982-83 still mit dem AC Florenz Torneo di Viareggio. 1-6- 1-6- 1-6- 1-6- 1-6- 1-6-